Puh, es geht nur so dahin. Gerade noch das Achtelfinale, jetzt ist das Viertelfinale zu Ende gegangen und heute gibt es schon wieder Halbfinale. Ich komm da kaum hinterher. Also, wer darf in den elitären Klub der Top 4? Vor diesem Spiel war mein Gedanke, dass Deutschland die erfahreneren Spieler in ihren Reihen hatte und das vielleicht einen Unterschied machen könnte. Zusätzlich fuhren die Deutschen in diesem Spiel eine etwas härtere Gangart, wohl auch um die Spanne etwas einzuschüchtern. Aber auch die Spanier ließen sich nicht lumpen und ehrlich gesagt wirkte der Schiri ein wenig linienlos. Die Chancen hat aber in erster Linie Spanien. Mit Vordauer des Spiels hatte aber Deutschland mehr Kontrolle über das Spiel und das mag Spanien natürlich gar nicht. Tor fiel aber vorerst keines. Das änderte sich aber nur 5 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spanien mit 1 zu 0 in Führung ging und das Spiel gleich hochinteressant machte. Offen gesagt sah das Tor recht simpel aus. Deutschland machte nun Druck und schaffte tatsächlich kurz vor dem Ende den Ausgleich. In der Verlängerung war es dann ein munteres Hin und Her und vor allem eine Szene beschäftigt die deutschen Fans immer noch. Handspiel, ja oder nein? Der Schiedsrichter sagte nein. Bitter für die Deutschen und noch bitterer kam es dann kurz vor Ende der Verlängerung, als die Spanier tatsächlich das Siegtor erzielten. Wirklich hart für Deutschland, denn die haben leidenschaftlich gespielt, das ganze Turnier über. Aber das Sommermärchen ist nun zu Ende. Tut mir auch verdammt leid für alle meine deutschen Zuschauer. Spanien war in diesem Turnier der erste richtige Härtetest für die Deutschen. Und am Ende hat Spanien einfach nur ein Tor mehr gemacht. Ihr könnt trotzdem stolz auf dieses Team sein. Sie haben bei dieser Europameisterschaft durchaus begeistern können. Sowohl Portugal als auch Frankreich begannen mit einem vorsichtigen Aufbau in diesem Spiel. Und es ist faszinierend, wie Portugal es schafft zu vermeiden, dass Pepe in seinem Alter in ein Laufduell gehen muss. Was ja vor allem gegen einen schnellen Spieler wie Kylian Mbappé katastrophal sein könnte. Leider waren beide Mannschaften noch unaufhörlich holprig. Ein einziger Fehler hätte das Spiel entscheiden können. Und einmal mehr muss ich sagen, es ist unfassbar, was diese Teams, diese Spieler, vor allem bei Frankreich, für Chancen liegen lassen. Oftmals hundertprozentige. Es ist fast schon amüsant, wenn es nicht zum Weinen wäre. Immerhin kommen die Spieler von beiden Teams auf einen Gesamtwert von einer Milliarde Euro. Es ist wie verhext mit diesen beiden Teams. Und in der Verlängerung ging es unerschütterlich holprig weiter. Und als hätte ich es irgendwie vorausgeahnt, kam es schließlich zum Elfmeterschießen. Ohne Kylian Mbappé, der tatsächlich in der Halbzeit der Verlängerung ausgewechselt wurde. Ja und zusammengefasst, Mist. Ich war wirklich knapp, knapp daneben mit meinem Tipp. Am Ende, einer von beiden musste weiterkommen und in diesem Fall war es Frankreich. Und mit dem Ausscheiden von Portugal und Pepe und Ronaldo bleibt der Rekord für den ältesten Torschützen bei einer Europameisterschaft erstmal für weitere vier Jahre bei Luka Modric. England gegen die Schweiz und, da schau her, die ersten Minuten gab es ja tatsächlich etwas mehr Bewegung bei den Engländern. Aber wenn die Schweiz in der englischen Hälfte war, dann kam wieder dieses weite Zurückziehen bei den Engländern. Bei der Schweiz allerdings auch. Bei der Schweiz sah es allerdings etwas besser organisiert aus. Aber insgesamt war das Spiel so ein bisschen wie Murmeln in einer Kiste. Wenn man sie nach rechts kippt, dann kippt alles nach rechts. Wenn man die Kiste nach links kippt, dann rollen die Murmeln alle nach links. Nach der Halbzeit machte die Schweiz mutig weiter und Engländer machte bewegt weiter. Die Frage war auch hier, wer macht den ersten Fehler? Und in der 74. Minute ging die Schweiz dann tatsächlich in Führung. Da ist ein Ball, der irgendwie durchgerutscht ist. Aber egal, es stand 1 zu 0 und nun musste England wieder bringen. Und das taten sie auch nur 5 Minuten später, als sie plötzlich den Ausgleich erzielten. Mit zugegebenermaßen einem Superschuss. England wacht offenbar durch Rückstände erst so richtig auf. Hat ein bisschen was von Italien, nur etwas effektiver. Kurz vor dem Ende der 90 Minuten hatte die Schweiz sogar die Chance auf die neuerliche Führung, stand sich dabei allerdings selbst im Weg. In der Verlängerung war es dann ein munteres Hin und Her, aber England gewann mehr und mehr die Kontrolle. Keines der beiden Teams ging aber mehr in großes Risiko ein. Die beste Chance hatte noch Sheridan Shaqiri, als er versuchte eine Ecke direkt zu verwandeln. Und so ging es ins Elfmeterschießen. Ja, was England sicher nicht sonderlich behagte. Denn die sind ja nicht sonderlich bekannt dafür, Experten im Elfmeterschießen zu sein. Und die letzten 4 Elfmeterschießen bei Europameisterschaften haben sie alle verloren. Hinzu kommt auch noch, dass die Schweiz in eben dieser Disziplin 2021 Frankreich so eliminiert hat. Doch am Ende verwandelte England alle seine Elfmeter wirklich souverän. Wahnsinn! England würde ja noch gut im Elfmeterschießen. Wie übrigens nach dem Spiel bekannt wurde, Granit Xhaka hat mit einem Muskelfaserriss gespielt. Ja, am Ende schade für die Schweiz. Aber sie haben ein tolles Turnier gespielt. In diesem Spiel hat die Türkei nahtlos an das Defensivspiel gegen Österreich angeknüpft. Aber Holland hatte da eigentlich ein Mittel dagegen. Solange es 0 zu 0 stand, haben sie den Türken das Spiel eher überlassen, um sie so ein bisschen herauszulocken. Wohl auch um ihren Abwehrregeln zu umgehen. Durch schnelle Konter wollten sie sich so Chancen erarbeiten. Und in diesem Spiel hatten auch beide Teams ihre Chancen. Nur irgendwann verlor Holland dann den Faden ihrer Taktik und die Türken gingen in Führung. Womit es für Holland nun richtig schwer war. Vor allem, weil die Türkei einmal mehr richtig leidenschaftlich verteidigt und gekämpft hat. Auch nach der Halbzeit sah es lange nicht gut aus bei den Holländern, die sich vor allem gegen die Konter der Türken nur mit taktischen Fouls helfen konnten. Doch in Minute 70 kam dann der erlösende Ausgleich für die Holländer. Und nur sieben Minuten später die Führung durch ein Eigentor. Was auch sonst. Das war übrigens schon das zehnte bei dieser Europameisterschaft. Der Rekord von 2021 mit elf Eigentoren wackelt gehörig. Und nun war die große Frage, was jetzt? Denn jetzt musste die Türkei etwas tun und konnte sich nicht nur auf die Defensive konzentrieren. Und sie taten auch etwas. Sie haben mehrere gute Chancen herausgespielt, aber keine davon wollte im Netz landen. Am Ende hat sie wohl ein bisschen das Glück verlassen. Die Holländer haben gewonnen und das durchaus verdient. Insgesamt gesehen war es ein super spannendes Spiel. Also danke an beide Teams. Und die Türkei hat ein leidenschaftliches Turnier gespielt. Vier Teams sind damit noch übrig. Spanien ist für mich nach wie vor der absolute Top-Favorit. Ich sehe echt nicht, wer sie aufhalten soll. Es fühlt sich aber sehr merkwürdig an, dass Holland, die ja von Österreich geschlagen wurden, jetzt unter den besten vier stehen. Das werden auf jeden Fall im Halbfinale sehr interessante Spiele und ich kann es kaum erwarten. Hier noch ein Überblick, welche meiner Tipps aufgegangen sind und welche nicht. Ja, ist ein bisschen überschaubar. Und das hier sind meine Tipps fürs Halbfinale. Wenn England sich wie gegen die Schweiz auf ihre Stärken besinnt, sich also endlich etwas mehr bewegt und auch ihr Spielermaterial richtig einsetzt, dann sollten sie eigentlich Holland schlagen können. Wenn sie allerdings wieder in ihre alten Muster zurückfallen, dann könnte das schief gehen und die Holländer weiterkommen. Frankreich hat sich bei diesem Turnier ja bisher eher durchgewurschtelt. Und es würde mich überraschen, wenn ihnen ausgerechnet gegen Spanien der Knopf aufgehen würde. Spanien wird sich gegen die starke Defensive der Franzosen zwar ein wenig schwer tun, aber ich denke, dass sie am Ende, entweder nach 90 Minuten oder 120 Minuten, das entscheidende Tor erzielen werden, um ins Finale einzuziehen. So würde dann das Finale in meinem Fall England gegen Spanien heißen. Das wäre sicher sehr interessant. Ich wäre aber auch einem Finale namens Spanien gegen Holland nicht abgeneigt, also eine Neuauflage des Weltmeisterschaftsfinals von 2010. Denn immerhin in meinen ursprünglichen Tipps hatte ich auch mit einer Neuauflage eines WM-Finals gerechnet, nämlich von dem von 2018. Man darf gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.